Das tue mir ja nichts! Die ganze Welt ist plötzlich aus ihrem Haus geworden. Die ganze Welt ist plötzlich aus dem Strand im Ach, Sonitschka, ich habe ja einen scharfen Schmerz erlebt. Freiheit ist immer Freiheit, der Andersdenkende. Nicht bereit sein, werden Sie von einer verantwortungslosen Billionärklasse Ihren Heldeshelfern enteignen und gegeneinander aufhetzen zu lassen.